Hallo Zuschauer von My2Reviews. In diesem kurzen Infovideo möchte ich euch nur darüber informieren, dass ich jetzt auch auf VidMe zu finden bin, wo ich ebenfalls auch regelmäßig Videos uploaden werde. Im Moment halt nur leider einmal die Woche, weil man da nicht mehr machen kann, solange man noch nicht verifiziert ist. Aber sobald ich das bin, werden auf jeden Fall noch alle anderen Videos folgen. Im Moment ist derweil nur ein Konnem-Video auf diesem Kanal zu sehen und nächste Woche wird dort dann wahrscheinlich ein Dragon Ball Video folgen. Wenn du mir helfen möchtest auf VidMe zu wachsen und deine Community aufzubauen, dann kannst du gerne den Link in der Beschreibung klicken und mir dort folgen und einen Antwort geben. Aber du kannst mir auch gerne helfen hier auf YouTube, indem du mir einen Abo dalasst. Der Link für VidMe ist wie gesagt in der Beschreibung. Außerdem kannst du bis heute noch bei meinem Dragon Ball Super Gewinnspiel mitmachen. Link ist ebenfalls in der Beschreibung und jetzt hier eingeblendet, wo du dann auch weitere Informationen für die Teilnahmebedingungen finden kannst. Was ich am Ende vom Video noch erwähnen möchte, ist, dass sich nächste Woche meine Reviews zu Conan und Dragon Ball verspäten werden, um entweder jeweils einen Tag oder es könnte auch sein, dass beide Reviews erst am Montag erscheinen werden. Und damit du ganz sicher Bescheid bekommst, wann die Videos rauskommen, kannst du gerne noch die Glocke aktivieren, damit du ja benachrichtigt wirst. Sollte dir das Video bis jetzt gefallen haben, kannst du gerne noch einen Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.